Als Tom zu dem kleinen, abseitsgelegenen Schulhaus kam, schritt er so schnell durch die Tür, als hätte er seinen Schulweg mit gebührender Eile zurückgelegt. Hastig hängte er seine Kappe an den Nagel und setzte sich mit geschäftigem Eifer auf die Bank. Hoch oben hinter dem Katheder thronte der Lehrer auf seinem hochlehnigen Rohrsessel. Das eintönige Summen der lernenden Kinder hatte ihn schläfrig gemacht, und er war gerade ein bisschen eingenickt. Die Unterbrechung weckte ihn auf. »Thomas Sawyer?« Tom wusste. Der unverkürzt aufgerufene Name bedeutete nichts Gutes. »Ja, Herr Lehrer?« »Komm mal hierher.« »Nun, mein Freundchen, warum kommst du wieder einmal wie gewöhnlich zu spät?« Gerade wollte Tom sich in eine Lüge flüchten, als er zwei lange blonde Zöpfe bemerkte, die an einem Rücken niederbaumelten, den er sofort mit dem geheimnisvollen Instinkt der Liebe erkannte, und neben der dazugehörigen Gestalt war der einzige leere Platz auf der Mädchenseite. Schnell sagte er deshalb, »Ich musste noch was mit Huckleberry Finn besprechen.« Dem Lehrer stockte der Atem. »Was musstest du?« »Noch etwas mit Huckleberry Finn besprechen,« wiederholte Tom. Diese Worte ließen kein Missverständnis zu. »Thomas Sawyer! Das ist die unverschämteste Bemerkung, die mir je vorgekommen ist, und nur die Rote kann gebührend darauf antworten. Jacke runter!« Und nun vollzog sich das Strafgericht, bis des Lehrers Arm erlarmte und die Zweige der Rote sich erheblich vermindert hatten. Dann folgte der Befehl, »So, und nun setz dich zur Strafe zu den Mädchen, und lass dir das ne Warnung sein, fürs nächste Mal.« Es schien, als brächte das allgemeine Gekicher den Jungen in Verlegenheit, aber in Wirklichkeit war es die ehrfurchtsvolle Scheu vor seiner Unbekannten Angebeteten und die bange Freude über sein großes Glück, was ihn verwirrte. Er ließ sich ganz am äußersten Ende der Bank nieder, und das Mädchen rückte von ihm ab, wobei sie den Kopf in den Nacken warf. Das Flüstern, Tuscheln und bedeutungsvolle Anstarren dauerte noch eine Weile fort, aber Tom saß still da, hatte die Arme aufs Pult gelegt und schien völlig in sein Buch vertieft. Nach und nach ließ die allgemeine Aufmerksamkeit von ihm ab, und das gewohnte Summen in der Schulklasse erfüllte wieder die schwere Luft. Nun begann Tom verstohlene Blicke zur Seite zu werfen. Das Mädchen bemerkte es, zog eine Schnute und ließ ihn eine ganze Minute lang ihren Hinterkopf bewundern. Als sie sich langsam wieder umwandte, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg, aber Tom legte ihn liebevoll wieder hin. Da gab sie ihn von neuem einen Stoß, doch schon weniger heftig. Geduldig schob Tom ihn zum dritten Mal an ihren Platz, und da ließ sie ihn liegen. Jetzt kritzelte Tom auf seine Tafel, bitte nimm ihn, ich hab noch welche.